Seit dem 22. Juni haben wir endlich nach sechs Jahren wieder mal ein Junge gebraten, was uns immer wieder freut, weil es nicht so einfach ist wie bei anderen Katzen. Die sind in einer Wurfbox zur Welt gekommen und wurden dort von ihrer Mutter, wie eigentlich meist üblich, sehr gut betreut und auch gesäugt. Und jetzt ist langsam der Zeitpunkt gekommen, wo sie eben rauskommen und dann auch schon sehr bald anfangen werden, am Fleisch, am Kanigli mitzunaschen. Die Größe wird sich so zwischen 40 und 50 cm irgendwie bewegen, das Gewicht eventuell zwischen eineinhalb und zwei Kilo. Täglich wird es besser und mehr und wir lassen es noch ein bisschen herinnen, um sie genauer noch zu beobachten, wie sie sich entwickeln, aber in relativ kurzer Zeit, also ich schätze mal zwei Wochen oder so, werden sie auch auf der Außenanlage sehr gut zu sehen sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.